Junge, das ist krank. Neun gete... Also neun Fischer. Ist das denn ernst? Da knallt's. Da kracht's im Team. Da scheppert's drauf. Das ist doch Dreisatz einfach. Sicher. Sicher. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ein Buch kostet 4 Euro. Wie viel kostet das für Bücher? 36 durch neun. Achso, fünf. Oh mein Gott, ich dachte auch eins. Ein Buch kostet 4 Euro. Wie viel kostet 5? 7.20? Ich dachte... Chat ist doch gut, oder? Seid mal ehrlich. Junge, 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 Junge. Passiert, passiert. Passiert dem Besten. Ist die Aufregung. Achso, Chat musst du anders sagen. Ja, Chat weg.